ARD Text im Auftrag von Funk Sie fliegen ja beleidigt, Schwarten Fahr mal mit dem Sandler da mit Jetzt Nummer 5 nicht ausgestiegen Ich hab noch 31 Schuss Nummer 5 ist frei Wo fahren die hin? Wir fahren mal da hin Das weiß ich, das ist ein Biolab Das ist kein Biolab hier vorne dran Das Ding hier, achso Und wie wollen wir das jetzt erobern? So aus der Luft Gute Frage Ich kann ja landen Nein. Machst die galaxy kaputt. Nö, nö, ich mach das schnell. Was, schnell erobert? Mhmm. Bleib da, Hocke, Pilot! Wenn sie sich erschießen, steh mal da! Ach nee, das hier schießen mich nicht, ich bin die Wurscht! Ja deswegen! Das sind keine Warnos hier bis jetzt. Punkt ist erobert. Doch, einer ist da in Verräteruniform. Oh, 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 oh. Komm hier wieder weg. Oh, die Satellitische sind super. Ja, der zweitgrößte Feind. Da hinten ist ein Kampfflugzeug und ein Jäger. Aber du fliegst hier mit einer Galaxie rum. Abbruchst Mahlzeit. Hockt jemand an der oberen Kanone? Buh! Jemand muss oben einsteigen. Raus! Ich bin... Scheiße. Ich kann ein bisschen fliegen. Ich konnte den Bäumen vorhin ausweichen. Aber nur ein bisschen. Immerhin erobern wir den Punkt. Pale Canyon, was gibt's hier? Hm, jetzt? Atvari Barracks. Hm. Verteidigt. Keine Ahnung. Da sind sie ja. Zwei Fuzzis. Ah. Ah. Skull für Einsatzgebiet. Sichtkontakt gefahren. Hinten kommen zu Norden. Klein Molokon rausrollen. Skull für Einsatzgebiet. Skull für Einsatzgebiet. Pfff. Muss lockern. Ich hab ihn immer noch in der Rakete reingedrückt. Da hinten. Extern halten. Und jetzt sind keine Flieger mehr da. Da. Ich nehm mal hinschütteln ja dann. Ich wär noch irgendwo in so ne Sichel. Feinliches Skull gesichtet. Da. Ah da. Bad Panda. Da. Mhm. Hier läuft's gut. Hier hab ich 240 FPS. Ja hier ist ja niemand. Da rein wird's liegen. Ah. Warum das? Nee nee. Warte mal. Wir haben Luftabwehr. Ach. Zu spät. Mit dem Ding kann ich nicht viel. Hey. Ich bin in den Felsgfall. Warte doch mal. Spawn doch drin. Nee mach ich nicht. War doch schon da. Oh. Jawohl, Sir. Ich darf schon raus. Ich darf schon raus. Ich darf schon raus. Ist der gepanzert oder auf Stahlschild? Gepanzert. Ich ziehe. Au. Manu Skyf ist weg. Ah, ist vom Ingenieur. Die Skyf ist hidden. Da brasseln die Punkte. Jetzt kriegen wir den auch dran. Oh man. Nachladen. Weil sind sie alle abgesprungen. Ui. Da war ein Haufen Light drin. Ich beginne mit den Reparaturen. Verlaubnis den Kampf zu verlieren per Weigrath. Wieso alles stürben? Ah ja. Es ist ja Aufpassen. Ja. Ach du Scheiße. Zum Aufpassen an Antworten. Wenn irgendwas passiert, bist du schuld. Ach babe, Panda ist wieder da. Legt das Panda um. Schon passiert. Schöner Pelz. Die stehen nur unter Naturschutz. Ach wie mir nicht. Die Quäler. Oh, guck mal. Da ist einer tot. Keine Ahnung warum. Normal hätte ich gewinnen müssen. Aber ich glaube, ich hatte die Hund irgendwo anders den Weh erwischt. Ja, ich darf das Ding allein lassen oder wie. Kann ich machen. Komm hier aus. Denk ja nicht da. Müppet. Ich leg mich ja alle um. Was soll das? KT von 0,2 wird immer schlimmer. Na, muss ich noch haben. Ja, wo ist er denn? Schöne Max-Einheit. Der Feindliche? Ja. Pack ich mal C4 aus. Ua, nur kann man fangen. Acht besser, ne? Oh, oh. Oh, oh. Das ist eine ganze Menge. Nein. Ah. Hey, sie kommt denn die hin an mich, verdammt. Keine. 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 Achtung! Oh mein Gott! Schau mal wie der ne Mixer anhalte, wo ich den ganzen Ressourcen habe. Hey, hey. Die kostet ja gerade nicht viel. Die haben ja einen Haushänden, gell? Ah, ja. Oh, ja. So muss das sein. Na also für die Leute die grad zugucken, so ist das normal, ja? Ich hab also erledigt Kann mich mal jemand reparieren, irgendwie? Ja, wo ich herkomme? Glaub ich Glaub ich, bin mehr in der Nähe Oh, ich bin tot Au Leitling am Sandauer Aha, gibt's Klee, nochmal eine Wir schlagen dir die Flucht Feindlichen Leitling identifisieren Och nö, ist er ober und zurück Soll Station verloren, kein Zandra mehr Jo, mir waren sowieso die Ähnlichsten Ziemlich, ja Die anderen stolperen hier im Bio-Labor rum Nö, es sind beide Seiten 1224, wir waren nicht die Einzigen Nee Der Einzige ist Sandra Und die Einzige muss ich hier im E-Cap fahren Ja, das schon So ist sie Dings gelandet Der Galaxy? Mhm Hier in dem Camp? Ja Minimap sehe ich eine Galaxy auf dem Dach stehen, bei Punkt A Ist hier nur ein Spawnpunkt? Den werde ich angemacht Ich höre ein Magrider Gibt's denn noch? Oder ist es der... Nee, ich bin auf dem Map Ja, ich bin auf dem Camp Ach, ey Nee, die sind schon hier im Camp Wir haben hier einen Spawnpunkt Oh nein, ein Mixer-Hand von denen Ja Kommt hier ein? Achso, die Galaxy Du hast mich gar nicht gezichtet Du hast mich gar nicht gezichtet Wir haben hier noch einen Spawnpunkt Wir haben hier noch einen Spawnpunkt Wir haben hier noch einen Spawnpunkt Ha Bist du tot? Nein Läuft noch hier rum Du dumme Drecksau Ja, mir ist leichter Schlussdruck Ich schätze, sie sollen hochjagen Ich schätze, sie sollen hochjagen Wir haben hier keinen Po